Hallo zusammen, ich bin der Suat, rechts von mir steht der Murat. Wir sind beide Vorstandsmitglied von FC Roche. FC Roche, die Mannschaft wurde 2008 gegründet. Wir sind sehr froh, dass die Kollegen damals diesen Weg gegangen sind. Wir haben eine sehr schwierige Zeit hinter uns und haben uns jetzt auch neue Ziele aufgegeben. Diese möchten wir gerne natürlich erreichen. Die Ziele werden wir nicht allein durch die Vorstandsarbeit erreichen, sondern wir brauchen die Unterstützung von allen Kurden aus Dortmund und Umgebung. Natürlich nicht nur Kurden, sondern auch andere Nationalitäten können uns bei dieser Zielerreichung unterstützen. Unsere Ziele sind langwierig. Wir möchten gerne in drei, vier Jahren in der Westfalenliga spielen und dafür müssen einige Arbeiten getätigt werden. Diese können wir nicht als Vorstand alleine tätigen. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr uns da unterstützt und mein Kollege wird Ihnen jetzt sagen, wie und wo ihr uns unterstützen könnt. Danke. Und natürlich, Sie können ja uns, also FC Roche, über Instagram, über Facebook folgen und bei jedem Heimspiel erwarten wir uns auf dem Platz, dass ihr also zahlreich, also unsere Mitglieder, auch natürlich. Wir sind auch offen, also für alle. Ihr seid für jeden Heimspiel herzlich eingeladen und wir erwarten euch. Decibolaalauäu Bis zum nächsten Mal.